Hi-Ha-Hi-Ha-Hi-Ha-Hi-Ha-Hi-Ha-Hu-Ha-Hi-Ha-Hu-Ha Könntest du oben schon weg machen? Ne. Okay. Da-da-da-da-da-da-da. So. So. Das wird mein wunderschönes Haus hier. Ne, dann mach ich das hier so schräg rauf. Genau. Aua! Verpiss dich. Wie sich ein bisschen aus wie eine alte Oma, ne? Wenn ich jetzt noch falten hätte. Weil das zu weiß ist. Nee, das ist eigentlich nur vollgeschneidt, mein Haar. Oh. Nein. Achs wechseln. Geht doch. So. Ich kann mir auch schon ordentlich Fackeln machen. Das ist schon mal ganz praktisch. So. Da noch ein bisschen was. Das weg. Das weg. Ho. Hier, hier, ha! Ich bin der Beste. Beste, der wo gibt. Hm, Moment. Da, da, da. Ne, Moment. Ich mach das bisschen anders. Aua! Aua! Ich baue so kein klassisches Cerraria-Haus. Ich mache das anders. Weil ich der Auserwählte bin. Ha! Ich hab mich dadurch verteilt, dass ich das gebaut habe. Los. Ach komm, jetzt kommt schon der nächste Slime, ey. Ja, diese ganzen Slimes hier. Die wollen doch alle nur schleimen. Weil ich der Gott hier in dieser Welt bin. Wollen die sich bei mir einschleimen. Und ich hab überhaupt kein Götterkomplex. Ich hab nur normale Komplexe. Ah. Funktioniert doch. Na, scheiße. Ja. Ja. Okay, ich merke schon, ich bin sehr langsam beim Bauen. Biu! Moment, ab bestimmt, wo muss ich das dann so wieder wegmachen? Genau. Hoffentlich kann man auch später Treppen bauen. Ich hab davon ja keine Ahnung, was man alles so für Möglichkeiten da hat. So. Da. Huah! Taktisch ausgewichen und Bäm! Vielleicht krieg ich voll viel Slime. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Ach, übrigens besteht auch die Möglichkeit, dass ich die Terraria Musik ausmache. Und dafür, äh, meine Playlist laufen lasse. Das müsst ihr entscheiden. Da könnt ihr mir einen Kommentar schreiben. Ocha! Lol. Du hast das... ...den Hasen umgebracht. Du musst sterben. Nein. Der Osterhase. Er ist tot. Es gibt keine Eier für mich. So. Jetzt noch ein bisschen höher bauen. Äh, äh. Äh. Aua. Ich find's immer noch ein bisschen schwierig, das zu platzieren hier alles. So ehrlich muss ich ja sein. I-a-i-a-i. Lass mich platzieren. So. Ich weiß, das Stockwerk ist vielleicht ein bisschen riesig jetzt, aber... Naja, was soll man machen? Also hier helfen wir auch schon über das Slime-Stang, ne? Hi! Ha! Hu! Yay, den Unterstern habe ich besiegt. Einen von vier. Aua! Aua! Hi! Hopp! Huah! Geschafft! So, jetzt hier hochbauen, abholen. Ich kann jetzt mal in die Crafting-Box setzen. Und jetzt kann ich... ...eine Tür bauen. Du schießt ins Inventar. Äh, Aua! Hör doch mal auf, du böser Moppelchen! Hi! Ha! Hu! Ah! Funktioniert doch! So, und hier kann ich... Moment, ich kann dann ja mal hier auch machen. Äh, was kann ich denn hier bauen? Genau, hohe ne Plattform. Kann ich vielleicht eine gebrauchen, um mal hier... ... kurz mir ne Plattform hin zu cheaten. Mehr oder weniger. Ah, und so komme ich auch perfekt drauf. Dann hat ja alles gepasst. Oh, lol. Oh, lol, lol! Noob! Ich, schnell, ich muss mich schnell höher bauen. Schneller, bau dich hoch! Puh! Ich konnte dem Slime entkommen. Ich bin der Auserwählte! Und ich bin immer noch Gott. Gut, bisher haben wir jetzt immer noch Tag. Das erkenne ich an der Musik. Das wäre dann natürlich ein Nachteil, wenn wir die Playlist-Musik benutzen würden. Dann, äh, erkennt man sowas nicht. Und das ist natürlich dann ein bisschen... ...nachteilig. So, muss ja auch schön aussehen hier, ne? So, das ist doch mal gut. Baukunst der feinsten Art. Reinhören muss das, glaube ich, genau für die Tür. Reinhören? Glaube ich eher weniger, aber... Wieso kann ich die Tür nicht platzieren? Ich verstehe es nicht. Tür? Geht das hier etwa nicht als Haus oder irgendwie so? Keine Ahnung. Und was ich auch mal bauen kann, ist vielleicht ein Hammer. Ah, oder fucken erstmal. So. Wackeln, paar. Da eine. Da eine. Da eine. So, und dann? Vielleicht kann ich dann die Tür platzieren. Ähm, okay. Ich kann keine Tür platzieren. Hallo. Ich brauche Hilfe. Hm. Da ein Hammer. Ja, genau. Ein Hammer. Hier in der vierten Position. Ganz... Ah, jetzt kann ich das noch abbauen. Praktisch. Vielleicht darf ich das auch nicht in meinem Haus haben. Keine Ahnung. Wann geht das denn an als ein Haus? Das weiß ich gar nicht. Hm. Also ich weiß, dass dieser Guide irgendwann einzieht. Aber ob das erst dann als Haus gilt? Nee, 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 nee. Hm. Achso. Jetzt habe ich auch noch das Ding geschlagen. Hu-ja. Hu. Ha. Hui. Ah. Hi. Okay, und schnell geht es leicht. Oh, oh. Da kommen jetzt schon die ersten Zombies. Ja. Na. Hättest du wohl gerne. Aua. Nee, aber... Hä? Wie baue ich denn eine Tür? Ich verstehe es nicht. Vielleicht da mal ein bisschen so. Hm. So. Stirb. Stirb. Mit allem, Zombie, werde ich wohl fertig. Da, 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 da. Oh, es sind nicht mal Steinsachen. Scheiße. Ist schon Nacht, ey. Oh, oh. Ich glaube, das wird nicht eine allzu leichte Nacht. Da, 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 da. Ich weiß, wenn du das klickst im Hintergrund, aber was soll ich mal machen? Ah. Hör, wieso kann ich denn jetzt hier die Tür platzieren? Oh, da ist ja auch ein Auge. Uh. Okay, die Tür ist schon mal platziert. Ähm. Was habe ich denn? Hier ist Wooden Sword und da. Da. Dieses komische Schwert brauche ich nicht. Copper X und so weiter. Okay. Wooden Wall. Kann ich jetzt mal ein paar machen. Ein paar viele am besten. So. Da kann ich dann schon mal... Oh, ein Stern, ein Stern, ein Stern. Ach ja, das schlägt so zu, das Schwert. Mensch. Wie mache ich Pause? Scheiße. Kann ich Pause machen. Ich muss niesen, verdammt. Ach mal. Oh Gott. Ja. Ist auch geschafft. Ich stehe jetzt oben hin. Stern holen, Tür zu und dann geht das. Puh. Gut. Und wie komme ich jetzt an Stein? Das ist natürlich jetzt die große Masterfrage. Ich komme mich natürlich nach unten graben. Oh ne, da ist ein Auge. Hihi. Da, 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 da. Ach, hier ist so weihnachtliche Stimmung, auch wenn wir gerade mit im Sommer haben, aber... Ist ja fast das gleiche. Irgendwo in Australien haben wir gerade Winter. Für meine australischen Zuschauer passt das Wetter gerade. Also, das Wetter in Tare ja hier. Wobei, wir jetzt hier im Sommer ja auch irgendwie scheiße Wetter haben. Scheiße Wetter! Komm nach Griechenland, da ist es warm. Stimmt übrigens tatsächlich und das wäre auch, glaube ich, ganz praktisch, weil dann... Äh, kommen da viele Touristen und verdienen ja extrem viel durch die Touristenbranche. Äh, wo, ach da. Was ist das denn? Snowbrick, ach so. Oh, ich könnte mir auch ein Iglo machen noch. Cool. Ja, da sieht man nur noch die Minecraft-Züge in mir, so. Immer noch mit großartig Frauen und so weiter. Auch wenn man das in Terraria eher selten macht. Ich weiß, ich weiß. Mir ist halt die Ausnahme von der Regel. Da, da, da. Ach, schade, ich kann das nicht irgendwo hinmachen. Da. So. Ich weiß, es ist immer noch ein bisschen zu hoch. Äh, die ist stockt weg, aber was soll man machen? In dem Bett kann man sich ja auch nicht machen, um die Zeit zu überspringen, ne? Ich glaube, das Bett hilft ja nur, den Spawnpoint zu verschieben. Aber ich spawn ja schon fast hier, also von daher. Ich spawn ja irgendwo hier hinten. Bestimmt, nee, ich dachte schon gerade, ich hätte schon wieder keine Wände. Ach, genau, das kann ich auch noch machen. Äh, mit welchem... Muss man das denn abbauen? Hä? Ich verstehe es nicht. Nee, hä? Ah, mit dem Hammer. Okay. Das Rätsel-Lösung ist immer der Hammer. Denn er ist wirklich Hammer. So. Da, 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 da. So, ich hab ja gesagt, ich bin Terraria Noob. Hier ist kein High-End-Gameplay. So. Nein, jetzt hab ich oben ein, das ist jetzt scheiße. So, da noch ein bisschen... Was ist... Eck... Da! Oh, jetzt hab ich ein bisschen nichts mehr. Toll. Und was ich auch noch machen wollte, ist... Da. Genau. Ich wollte nämlich hier so ein Stegrömer machen, dass man immer auch darüber gehen kann, ohne zu springen. Okay. Was mach ich denn jetzt die Nacht? Äh, tanzen! Tz, 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 tz Nein! Nein! Oh, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was brauche ich denn hier genau? Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott, scheiße. Jetzt habe ich nur dieses Scheißschwert. Und das zieht den Dinger nur ein. Oh, Gott. Verpisst euch. Ja, ich muss schneller drücken. Scheiße. Oh, Gott. Schnell. Verpisst euch, ihr Scheiß-Zombies. Ja, ja, ja. Ach. Okay, wie komme ich jetzt da hin? Darüber, ich habe eine Idee. Müssen wir unsere Schneeblöcke helfen? Da. Ach, scheiße, ich komme noch nicht rüber. So, Sprungkills, äh, Skills bewiesen. Ah, ja. Ich kann mein gutes Schwert nehmen. Ja. Alle sterben, alle sterben, alle sterben, alle sterben. Gut, das Auge hat sich unten auch irgendwie erledigt. Puh. Das war schon mal eine actionreiche Nacht. Da wäre ich mir doch lieber drinnen warten geblieben. So, dann das Ding jetzt abbauen. Dann kann ich mir in dem Sinne auch gleich schon mal ein bisschen Holz mitnehmen. Nur noch ein bisschen. Noch den Baum. Oh Gott. Das ist jetzt das falsche Schwert. So, jetzt erstmal ein bisschen ordnen. Das Schwert weg. Das Schwert rein. So. Ach Gott. Mach ich hier unten vielleicht eine Grabkammer? Wo ich all meine Dinger aufstelle. All meine Versuche. Steht da auch was drauf? Nope. Okay. Äh, was mach ich denn jetzt? Ich kann jetzt mal noch ein paar von den Dinger machen. So, das sollte reichen. Jo, das reicht auch. Ach so, ich muss ja mit Leertaste springen. Ich drücke hier die ganze Zeit wie wild auf nach oben. Beziehungsweise auf W. So, da noch zwei Stück und dann passt das glaube ich auch schon. Das ist noch gerade weg. Gerade noch einsammeln. Ja, jetzt passt das gut. Das passt schon. Was willst du machen, hm? Hm? Ach, ich kann ja nicht hinter der Tür treffen. Oh, das sind zwei. Die Tür zu machen. Lol. Jetzt können wir euch doch verarschen, oder? Lol. Alter, sind die skilled. Skill, Digga. Skill. Oh ja. Du kannst mir nicht entkommen. Aua. Aber ich kann dir auch nicht entkommen. Aber ich werde dich wegbärschen. Ja. Ach, der ist ein Stern. Hm. So. Ich versuch's jetzt einfach mal. Komm mal, was da wolle. Ach, scheiße. Und hier ist alles. Ich weiß, dass du überwagverling, das ist nichts zu tun. Ich hoffe, ich versuche's noch wiederдеux. Gabel.